Ihr habt schon wieder gecampt und ich bin so ein richtiger Vollidiot und wisst ihr auch warum? Weil wir müssen hier schon wieder eine Nacht campen. Ich wollte heute eigentlich nach Hause fahren, damit ich schneller ein Video für euch fertig machen kann. Weil ich bin ja mal am PC daheim gebunden. Und mir ist aufgefallen, dass heute ein Feiertag ist und heute fährt überhaupt gar kein Bus von dieser Ortschaft zur größeren Ortschaft, wo man eine Bahn fährt. Ich muss extra bis morgen warten, weil morgen erst die nächsten Busse fahren. Das ist voll scheiße. Das heißt, wir sind gezwungen dazu, noch eine weitere Nacht hier zu campen. Ich habe noch Brötchen von gestern. Den werde ich mit dieses hier schmieren. Zwiebelwurst, fein. Mit Zwiebel. Frühstück ist fertig. Ich bin den ganzen Tag dabei, hier rumzusitzen und nichts zu tun. Das ist voll scheiße, dass heute kein Bus fährt, wegen Feiertag. Ich wusste es gar nicht. Das wusste ich erst heute Morgen, wo ich aufgestanden bin und geguckt habe. Ich werde, glaube ich, heute auch nicht viel filmen. Das ist so richtig beschissen, dass heute kein Bus fährt. Das ist so richtig. Und. Das ist so richtig.